Herzlich Willkommen zu einer Runde Fortnite Battle Royale, der Random macht die Calls mit Kapuz und Alex und unser Random-Spieler nennt sich Phatnom und Phatnom sagt Salty Springs. Wir sind verkleidet als drei unglaublich schöne Bären, die Phatnom jetzt zum Siegweifen werden. Er zieht immer den Fallschirm. Er zieht ihn schon? Ne, er zieht ihn immer wieder. Okay, die Taktik hatte keinen Sinn. Damals war das da, um weiterzukommen. Ne, aber er hat es ja gemacht, um Phatnom zu kommen. Das ist ein alter Spiel. Salty Springs landet auch, oder? Ne, das ist noch ziemlich weit oben. Doch. Er fliegt weiter. Er fliegt weiter. Wir müssen dann hinterher. Ne, er geht wieder. Er kann nicht entscheiden, wohin er will. Okay, aber jetzt sind Salty Springs, ich komme sofort rüber zu euch. Wir müssen Phatnom beschützen. Habt ihr wen gesehen hier? Ne, lustigerweise nicht. Hast du jemanden gesehen? Ne. Ich glaube, ich war aber als erstes gelandet von uns. Kapuz ist der First Bodyguard gerade. Ich bin, also Phatnom ist eben beschützig. Phatnom ist erstmal safe. Hier müssen wir noch die Regel einbauen, dass wir alles trocken müssen, was wir haben. Und der sich aussuchen darf, was er nimmt. Dalo kommst zu mir? Ne, ist zu weit weg. Okay. Oder Alex nimm du den. Brauchst du was Alex? Hast du oder hast du gar nichts? Ich hab was. Achso. Dalo da? Ne, ich bin zu weit weg. Läuft der schon weiter? Ja auch ein Busch. Ne, ne. Phatnom ist noch da. Der kümmert sich ums Team. Bei mir ist noch ne Case. Ich glaube, Phatnom wartet, ob das wir machen. Ja, ja. So läuft das nicht, Phatty. Soll ich ihm sagen? Nein. Da muss er selber drauf kommen. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Der Phatty muss selber drauf kommen. Phatnom, erzähl, was wir machen. Phatnom. Die Autos. Ne, oder? Warum bauen die immer Autos ab? Den Baum. Den Baum. Den Baum da hinten. Der muss weg. Baum start. Okay, aber ich bin auch da. Willst du ne Shotgun da, Otto? Ich hab ne Snurp hier bei mir. Ja, Autos Shotgun will ich nehmen. So nen großen Tank habe ich bei mir hier, meine ich. Oh, Phatnom geh. Hallo. Alex, du verpasst Phatnom. Ja, ja. Nix. Wenn er tot ist, ist die Mission geschafft. Er muss überleben. Er muss überleben. Er snipert wen. Er snipert. Auf wem snipert er? Da unten. Hat er. Jawoll. Immer noch. Alter, da baut ja wer. Haha, Phatnom. Phatnom, gehen wir nicht down, mein Boy. Oh, die Nate. Oh, Zucker. Die war jetzt. Oh. War die gute. Phatnom wird sterben. Wir müssen bei Phatnom bleiben. Wenn er da gedowned ist, müssen wir ihn einbauen, ne? Klar. Ja. Hab einen. Alter, Phatnom baut sich grad den Tod. Phatnom. Wir haben den Gegner. Das war kein Scheiß, Digga. Phatnom. Entscheid Phatnom, ob wir ihn hinrichten. Wir nennen ihn immer Broody, okay? Nein, wir nennen ihn Phatnom. Das ist ein guter Name. Nein, das ist ein guter Name. Respekt Alexander. Hey, das ist ein Broody. Phatnom, was haben wir zu tun mit dem? Phatnom, wird er hingerichtet oder nicht? Phatnom. Phatnom. Nein. Stopp. Jetzt kill den, komm. Kill den. Halleluja. Endes war über ihn rüber und merkwärts. Jawohl, ins Gesicht. Gut gemacht. Nose scope, hat er gesagt. Ich sag's nur, er hat mir gerade gesagt Nose scope. Ach du Scheißt. Ist das ein Deutscher oder oder irgendwas anderes? Hab ich wirklich Boys gesagt. Was sagst du alles? Ist das ein Deutscher oder irgendwas anderes? Ne, es ist ein anderer aber sehr jung. Sehr jung, sehr junger Typ. Ja, und Fatman wird heute gewinnt. Do you speak guys? Nicht antworten. Wir sind auf europäischen Servern, oder? Oder sind es, ja, ne? Also, Franzosen und sowas sind auch da mit drauf, oder? Hinter uns, Gegner! Hat ein HP! Wirklich, ein HP hat der! Und oben auf dem Berg. Da Fatman ist direkt dabei. Fatman ist am Spizzle, ja? Ja, geht so. Er hat erstmal geguckt, ob er wegkommt. Wie er wegkommt. Der Hero, Darlow bleibt, geht zurück! Komm, Mann, wenn du willst. Darlow kann! Mach den nicht in die Windel! Dex, legendäres, äh episches Sniper. Da hinten ist er. Ja, ja, ich lass den nicht alleine. Das war nur das Backup von dem anderen Team. Ich hab hier noch was für dich, Darlow, Handgranaten. Die liegen da jetzt. Du hast gerade eine geworfen, du Ganove, ne? Ja, ich hab eine geworfen. Mit welcher Permission? Ich hab hier einfach in die Luft geworfen, um Fatman, wie heißt der Typ? Fatman zu zeigen, wie krass es geht. Wie Venom, nur mit Fatman. Fatman, alles cool. Wir sind noch am Start, Mann. Äh, da liegen noch Bondagen. Kann die vielleicht wer, Darlow? Hab keinen Platz. Ich hab auch keinen Platz. Kann ich noch was decken? Kleinen Trank zum Beispiel? Nee, kann gar nichts decken. What? Keinen Trank, Nico. Also ich nehm einen Sniper weg. Ei wieder. Ja. Wieso, was haben die denn alle mit den Bäumen die Leute? Nee, jetzt brauch ich auch grad Holz. Ich hab nichts mehr. Ich hab auch nichts. Okay, was sagt Fatman? Fatman hat den neuen Weg eingeschlagen. Okay, Fatman. Drei Bären verfolgen ihn. Drei Bären. Das muss auch creepy sein, oder? Drei Bären. Und alle reden nicht mit ihm, also. Oh, da gibt es noch ne Kiste. Ja, holst du die? Ja, aber Fatman will die vielleicht nicht haben. Doch, ey. Ja, feinig, aber. Fatman will den Baum, Alex. Hör mal auf, den da wieder zu klauen. Großer Slurpee war da drin, also. Fatman hat einen Sniper. Hat er einen Warleg? Oh. Das wär ja. Das wär ein Türen in der Geschichte, was wir da grad machen. Warum hat er denn da hingeschnippt? Einfach so? Der guckt da oben, was drin ist. Fatman ist noch jünger, der hat noch gute Augen, ne? Ja. Ja, links sind Gegner, rechts. Rechts oder links? Ah, da hinten. Hab ich ihn einmal getroffen? Hinter dem Baum jetzt. Hinter dem Baum jetzt. Hinter dem Baum, läuft nicht weiter. Er muss jetzt weg. Er ist tot. Er ist ein Einzelner gewesen. Alter, war sofort tot? Fatman hat gar nicht gemerkt, was passiert ist. Ich bau dir weiter ab. Alex, 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 nimm den Ball. Dumpet. Alex, nimm mal. An einer Mini-Shield stacken, obwohl, ne, das mach ich noch. Alles gut. Fatman ist noch am Schnitzel. Fatman! Nicht! Er muss. Er will sich selbst umbringen. Ihm nach, sorry. Nein, er ist über uns. Ich brauch, äh, Sniper-Munition. Hast du da was? Was macht er? Ich bin jetzt hier in der Plattform. So smart. Warte, ich komm. Schnell, schnell hinterher. Er haut ab. Fatman will uns loswerden. Äh, nein. Oh shit. Fatman! Du kannst uns nicht. Bleib stehen. Weißt du, wenn er sich jetzt da oben in einem Baum versteckt, zieht das nicht, wenn er vorher hier so eine Burg dahin baut. Das fällt schon auf. Fatman, hast du was gefunden? Das ist cool. Was geht Fatman? Ey guck mal Fatman was ich kann. Bam! Fatman! Das mag er sicher. Fatman bestimmt cool. Fatman, komm wir dabben alle. Fatman! 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 Oh come on! Fatman! 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 Das ist lang, Junge. Ach, Manu, was ist noch benutzt. Erstmal wieder Bäume abbauen, ja? Das ist aber wirklich so. Aber doch nicht die, die oben auf einem Berg stehen. Mach ich jetzt nach. Vor allem, wenn du dann das Holz benutzt, um dann wieder zur nächsten Plattform zu bauen. Das ist ein bisschen doof. Was machen wir hier oben eigentlich? Fatman hat das entschieden, dass wir hier oben sind. Fatman hat versucht, hier den Tricky zu machen, das hat nicht geklappt, deswegen gibt's Damage. Mit. Ich. Damage. Wir müssen alles nachmachen. Wir müssen auch Damage kriegen, wenn der nicht Damage kriegt, ja? Oh nein! Fatman! Fatman! Ich hab'n Slurpee übrigens, also wenn wir in Not ist, ich bin für euch da. Ja, gib mal Fatman, mal guck, wenn der direkt nimmt. Der weckt das Zeug, ey. So, okay. Wir sind noch nicht durch, ja? Fatman bohrt gern. Fatman bohrt gern. Schau. Ja, 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 ja. Das ist die berühmte Doppeltreppe immer. Was soll da? Das ist ne bekannte Strategie. Und jetzt bohrt natürlich, braucht er immer Holz. Ja, weil jetzt das Holz alle war. Ja, da muss er wieder neu. Wir, wir sind dafür da, um zu gucken, dass in der Nähe nichts Schlimmes passiert, ne? Stimmt. Wir sind Guards. Nehm' auch meinen Job zu ernst. Ja, ja, ja. Ich nenne die Folge, drei Bären für Fatman. Wenn er dann seinen Namen googelt, steht er dann da. Aber Fatman mit Nullschreiben. Das ist eher interessant, wie wenig Gegner wir finden. Wenn wir so gerne da rumlaufen. Naja, der Fatman... Naja, der Fatman... Naja, wir laufen... Wir sind Salty Springs gelandet und sind jetzt das die Depot. Naja. Unsere Route ist auch nicht die beste. Muss ich sagen, ja? Das ist... 10W-Fatman. Er, Gegner Südwest. Sniper auch. Des, ja. Oh, wow. Ist Fatman safe. Hat er sich einge... Okay, er hat sich aber eingebaut, ja? Fatman-Snipe. Ich hab ihn eingebaut und... Von dem Haus kommen auch welche. Die gehören dazu. Links oder rechts? An unserem Haus. Da, wo wir sonst... Fatman! Fatman! No! I have to see you guys! I have to see you guys! Fatman! Wir müssen ihn retten jetzt. Bau! Ich hab zwei gedau'n davon. Wir schießen, ja, ja. Ich hab zwei gedau'nt. Halt ihn da, halt ihn da. Ich bin aber auch da. Ich bin auch da, John. So, äh, Dalu müssen pushen. Okay, alle. Ja, haben wir. Ja, ja. Fatman! Fatman! Fatman, Alter! Wie sollen wir ihn denn retten, wenn er so scheiße ist? Warte, ich krieg Fatman was cooles. Guck mal. Fatman! Hat er den Jack, oder was? Hier! Fatman, hier! Fatman! 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 Nein! Fatman! Fatman! Lass ihn doch erst equippen. Okay, das hat funktioniert. Ich baue ihn erst mal ein. So, wir haben ihn erst mal eingebaut, damit wir das safe ist. Fatman! Trink! Ja, gönn dir! Habt ihr verdient! Alter Wikinger! Rennt einfach rein, ey! One on four, nicht mal gebaut! Er hat nicht mal, er hat nicht mal gebaut, so. Er ist einfach, ich gehe da straight hin jetzt. Mit dem Kopf durch die Wand war Fatman, ey. Ich glaube, er wird sich noch opfern. Ich glaube nicht, dass wir bis zum Ende so entkommen sind. Das ist so ein Hero. Okay, wir müssen uns einfach mehr beeilen. Ey, ein Dillo, ey. Der Playstyle von ihm ist einfach aggressiv, ja. Wie in der ESL. Ja, aber aggressiv reinrennen ohne zu schießen, ey. Er hat nichts gemacht, er ist nach vorne gelaufen. Ist Fatman noch am Stizzly Disney? Ja, der ist hier im Haus und guckt rum. Ja, ein neuer Airdrop kommt hier für uns. Fatman wird sich neu equippen. Holz ist schon wieder fällig, ne? Obwohl, ne, gar nicht, hat er nichts gebaut. Ich habe ein bisschen Schiss, dass er es gleich ausreizen wird. Weil er ist ja reingerannt und hat anscheinend ja zu dir gesagt, See you. Dass er es einfach jetzt machen kann, was er will, weil er denkt, wir rennen eh stupide mit. Das hoffe ich halt nicht. Denk, das wäre dort aus. Von links auch, von links auch. Okay, dann erst so Baum wieder. Auf dem Haus. Um steht immer bei mir. Ah, er, am Haus. Schön, der hat mir nichts ins Ding gekillt. Der kassiert, ist unterschied. Äh, ähm, 33 HP hat er da. Rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns. Rechts, rechts. Unten am Baum, hat kassiert, ist unterschied. Der ist down. Auf dem Dach halt jetzt noch der, beziehungsweise der, der runtergefallen ist. Rechts habe ich einen gekillt, einen habe ich davon. Nord-Osten, Nord-Osten, Nord-Osten. Hinter dem, hinter dem, genau da, wo Alex ist. Ja, den habe ich, das war ich, den habe ich auch getroffen. Der ist jetzt hinter dem Gebäude rechts. War das der oben? Das war oben, ja. Links ist noch ein Busch. Links ist noch ein Busch und rechts aber electric close. Der ist, ähm, der hat 33 HP hinter dem Stein. Scheiße, Alter. Der ist down hinterm Stein. Äh, links war ein Busch an den, an den Containern. Alex, komm hier mal mit, komm hier mal mit. Geht grad nicht. Hab ihn. Ja, ich, ich, hoffen, lol. Okay, okay. Hier muss noch einer sein. Ne, der habe ich gekillt, glaube ich. Der hat, du hast getrunken. Ne, ich wurde gesnipert gerade. Ich habe es gerade, ich habe es auch gehört. Ich habe kein Schuss gehört. Er braucht Bullets, hat er gesagt. Er braucht Bullets. Da ist die Gatling, die nehme ich einfach mit. Der Sniper Schuss, das war der Busch in dem Wald. Ja, ich sehe den Busch, er rennt weiter. Okay, dann, wir müssen auch weiter. Ja. Oh Gott, wir müssen Fatnam klar machen, dass wir rennen müssen. Ich brauche, ich gebe Fatnam, Muni. Fatnam. Fatnam. Na, ist zu spät, er hat es nicht gesehen. Fatnam. Er macht denselben Fehler wie der Typ in unserem Stream. Er hat die Augen zu. Fatnam, das ist... Fatnam, das ist... Fatnam. Ja, er müsste schneller als die Zone sein. Er müsste nur seine Haxen bewegen. Fatnam. Dude. Ich habe den Busch einmal getroffen, der hier entnimmt das. Komm, das ist die, ist das der? Ja, ja. Der ist aber kein Busch mehr. Der Ball. Oh, er ist auf. Er hat nämlich aus der Seite. Oh, oh, oh. Sniper, Sniper, Sniper. Das ist der. Er ist weggerannt. Hinter die Zaun. Hinter die Zaun. Hinter die Zaun. Hinter die Zaun. Ich habe gerade wieder einen richtig clean Sniper Schuss verkackt. Links, Dasty Depot, kommt noch einer. Den habe ich getroffen. Ja? Dankeschön. Wenigstens wieder gut gemacht. Ich habe ihn nicht töten können. Er ist hinter dem Dasty Depot noch drin. Links? Ja, hinter der blauen Halle. Der wird auch wieder aufgehoben werden. Oh scheiße. Was war das? Der ist ja... Der ist ja... Scheiße. Wie viele sind das dann wohl noch, wenn der down war? Deiner könnte dazugehören. Ja, meiner könnte dazugehören. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Er ist weg. Wahrscheinlich wenn wir ihn aufziehen. Der wird locker. Der ist jetzt erst außerhalb der Zone. Der hat also locker Zeit. Wollen wir da hin? Was sagt Fettman dazu? Was sagt Fettman? Was sagt Fettman? Fett hat das ja gar nicht mitbekommen leider. Nein, wir gucken noch, ob da was ist. Jetzt ist er da. Fettman baut weiter um sich zu. Okay, ich gucke nur hier über die Mauer. Okay. Fettman? Nicht hier drunter, oder? Ich sehe einen. Ja. Liegt er am Boden? Ich habe kassiert von hinten, glaube ich. Ich weiß nicht warum. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Du merkst halt, die Waffe oder Land nahrt. Du hast vielleicht keine Muni. Loote den. Hä? Ich kann nicht mehr scopen. Die Maustaste an den Ball. Er hat irgendjemand gesehen, er hat ihn gespottet? Nee, Waffen, äh, Sachen wechseln kann ich ihn noch. Okay, das wird natürlich jetzt scheiß, wenn ich Sniper auch nicht mehr scopen kann. Jetzt kann ich wieder snoopen, lol, scopen. Keine Ahnung, was das für ein Fehler war. Ja. Äh, Schill braucht ihr? Nee, habt ihr alle. Habt ihr den gekillt, jetzt seid ihr den Typen ja, ne? Ja, ja, der war sofort tot, der war sofort tot. Ja, aber meiner ist nicht gestorben übrigens, und meiner war ein Kerl. Der muss noch in der Halle sein. Der schießt grad wer von uns auf dich, gell? Ja, das ist doch einer. Wir wissen doch, wo der ist. Einer muss immer noch hinter uns sein. Safe. Du hast einen weiblichen Charakter geschossen, richtig? Ja, das war ein weiblicher. Ja, genau, und ich hab einen männlichen Daumen geschossen und hab keinen Kill bekommen. Ich hab auch einen gekillt, denn... Gell? Du hast doch den weiblichen gekillt. Ja, dann war das vielleicht. Ich hab nicht gesehen, welches Geschlecht der war. Ja, weiblich. Ja, okay, okay. Aaaaaiiii... Guck mal, bleiblich. Guck mal, bleiblich. Oh, fuck. Guck mal, bleiblich. Guck mal, bleiblich. Dann wird das... Ich hab ne Gaffling. Zone kommt, wir müssen ja erstmal noch weiter bis nicht drinnen. Na, den war der Sniper Munition. Haben, haben den Header gegeben. Ja, hätte ich gleich. Aber erst eine neue Zone. Haben den Header gegeben. Da oben, die, 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 die was da vorne bauen, auf dem, auf dem Berg, rechts. Sind wir da drin? Ne, ich glaube nicht, oder? Doch, 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 hier sind wir drin, hier sind wir drin. Du bist aber höher. Eins noch. Ja, ja. Wir haben Dach, die, 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 die snipen auf uns vorne. Oh, wow. Fettnum. Er ist drin, ne? Na, ich hol ihn. Fettnum, Blutie, steh auf, mein Dickerchen. Ah, fuck. Und wo's? Kannst du in Deckung gehen? Ja, ja, ich bin in Deckung. Ich hab aber genug zum Heilen und so, also. Komm nicht, wer auch nicht? Nein, er ist auch da oben. Fettnum, okay. Hier, holt er mich auf, Mann. Über uns. Der Oben, der Oben, der Oben, close. Disco's, du ist low. Ich bin down. Disco's, du ist low. Fettnum baut natürlich nicht. Der jetzt baut er nicht. Ah, jetzt baut er, oder? Ihr werdet euch nicht aufheben können. Doch, locker. Sie haben gleich keine Nades mehr. Hier ist mich noch einer, glaube ich. Fettnum, Fettnum ist down. Help, guys. Ja, fuck you. Die zwei sind Durst-Kind, die zwei. Ja, keine Chance. Dude. Sind ja nochmal zwei gewesen. Na gut, das war's mit der Folge. Wir haben die Abgrund irgendwie vergessen. Aber das passiert jetzt einfach im Nachhinein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt auf jeden Fall miteinander vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen.